herzlich willkommen zu diesem tutorial video in diesem video werde ich Ihnen zeigen wie sie auf ihre insta hd ip kamera mit einem usb auf seriel adapter darauf zugreifen können um so zum beispiel die firmware noch einmal zu überspielen sofern sie zum beispiel einen stromausfall hatten und die firmware nicht korrekt auf ihrer kamera aufgespielt wurde dies zeigen wir denen dann in einem separaten video in diesem video hier werden wir ihnen lediglich zeigen wie sie die verbindung zu ihrer kamera über diese serielle schnittstelle aufbauen können alles was sie dafür benötigen ist ein usb auf seriel adapter so wie sie ihn jetzt hier im video sehen können und entsprechend dann noch ein vieradriges kabel das können auch vier einzelne adern sein die wir dann entsprechend bei unserer kamera anschließen und sie sehen jetzt hier im video eine platine unserer kamera in diesem fall ist das die in 60 12 und auf jeder haupt platine der kamera sehen sie einen j 13 steckkontakt beziehungsweise die vier kontakte wo man zum beispiel einen stecker drauf löten könnte oder wo wir halt in unserem fall dieses kabel was wir mit unserem adapter verbinden anbringen wichtig ist die polung bei diesem anschluss sehen jetzt im video eingeblendet wer wie dieser kontakt entsprechend gepolt ist und sie müssen dann entsprechend das ganze mit ihrem adapter verkabeln sofern sie jetzt die kamera mit ihrem usb auf seriel adapter verbunden haben zeige ich ihnen jetzt wie sie unter windows xp auf ihre kamera zugreifen können als erstes verbinden sie dafür einmal die kamera mit dem netzteil und zudem auch mit das netzwerkkabel mit ihrem router und warten sie dann bis die kamera gestartet ist um anschließend dann den usb auf seriel adapter mit ihrem pc zu verbinden im nächsten schritt öffnen sie jetzt das hyper terminal an ihrem windows xp pc gehen sie dafür unten links auf start dort dann auf programme auf zubehör dann auf kommunikation und dort finden sie entsprechend das hyper terminal ich habe das ganze jetzt hier schon einmal geöffnet wir sehen das jetzt hier im video und wir müssen jetzt hier als allererstes der verbindung die wir aufbauen wollen einen namen geben das nennen wir jetzt einfach hier einmal insta hd kamera und bestätigen das mit ok und hier haben wir jetzt unseren adapter in unserem fall wird damit com 3 benannt das kann auch sein dass bei ihnen vielleicht com 4 steht oder com 5 sollte bei ihnen nur tcp ip stehen dann würde das bedeuten dass ihr adapter nicht richtig installiert ist in dem fall fehlen dann wahrscheinlich die treiber also achten sie darauf falls sie den adapter noch nie an ihrem pc benutzt haben dass sie auch entsprechend die treiber installieren dass der adapter richtig funktioniert wählen sie dann diese com schnittstelle aus und bestätigen sie das ganze mit ok und und im nächsten schritt ist jetzt wichtig die bits pro sekunde einzustellen die müssen bei den hd kameras auf 38.400 eingestellt werden und wichtig auch noch ist dass wir hier bei der flow control das ganze auf non umstellen also diese zwei schritte sind sehr wichtig und jetzt können wir das ganze hier bestätigen und sind jetzt mit unserer kamera schon verbunden das heißt sobald die kamera jetzt netzwerk verkehr stattfindet würden wir das jetzt hier protokolliert sehen im nächsten schritt müssen wir jetzt einmal die kamera neu starten wenn sie auf ihre kamera noch zugreifen können über die web oberfläche dann machen sie es am besten darüber unter dem punkt software und neustart und sollten sie gar nicht mehr drauf kommen weil sie zum beispiel ein fehlerhaftes firmware update hatten dann tun sie einfach den strom einmal abziehen von der kamera und wieder kurz dann dran stecken damit die kamera einmal neu startet ich tue jetzt die kamera hier einmal über die web oberfläche neu starten und wir sehen das ganze jetzt hier protokolliert die kamera fährt jetzt runter und startet jetzt das betriebssystem neu drücken sie jetzt während dem bootvorgang entsprechend einmal die q taste sie sehen wie ich jetzt hier die ganze zeit die q taste drücke und sobald wir jetzt gleich bei on fifth ankommen hier sind wir jetzt bei on fifth jetzt wird der bootvorgang unterbrochen sie sehen das ganze hier vorne schön an diesem an diesem raute zeichen das heißt wir befinden uns jetzt im betriebssystem sie können jetzt einmal diese qs löschen und können hier jetzt zum beispiel den befehl ls eingeben um sich dieses verzeichnis oder die verzeichnisse auf dem betriebssystem der kamera anzeigen zu lassen sie finden in unseren anderen videos weitere anleitungen wie sie zum beispiel die firma komplett überspielen können wenn sie ein fehlerhaftes update hatten beziehungsweise der strom unterbrochen wurde während sie das update gemacht haben ansonsten finden sie auch sehr viele andere hilfestellungen und anleitungen auf wiki.insta.de oder auf insta.de im bereich faq-wiki beziehungsweise auch hier im insta tv youtube channel